hallo willkommen zurück ihr lieben heute eine runde starcraft 2 2 versus 2 gegen den spektra und den strichcode oh oh terranor zerg gegen kfc vor allem silber das soll bestimmt nur so was triggern na die sind nicht guten dann tot das achte ich überhaupt nicht um diese strichcode oder diese barcode terraner naja werden wir auch noch ein 8 und 9 account machen mit strichcode na auf jeden fall oder binärcode 0 1 1 0 1 1 0 ja du weißt ja das ist das echte strichte der barcode ist eigentlich nur dafür gedacht dass den namen zu verschreiben von pro spieler damit man nicht immer weiß gegen wen man spielt aber bei allen anderen macht es überhaupt keinen sinn ja ich mag da einen binärcode können sie auslesen wenn sie wissen wie es geht und kommen wir mal terranor zerg ne mhm oder spiel oder das gleiche denk ich mal gegen ein fight pass ein abm spam ja mach ich auch ja komm du hast wieder bürger vorsicht nicht dass deine sonne stirbt naja es hieß oh doppelgas natürlich fahrzeuge alles hoch als terranerin spielst medivax und der andere spielt mutas und schon haben deine mutasen schön hier hier ja gibt es schon echt böse kombi ist theoretisch ob die jetzt so extrem stark ist ist die nächste fache aber naja wäre halt möglich wäre auf jeden fall möglich ist aber jetzt nicht so ultra gucken gas haben wir auf jeden fall schon das haben wir schon cool ne das ist noch nicht fertig ja vier drohnen abgezogen ist auf jeden fall meine sonne schon gelohnt exe hat auch schon ich werde flieger spielen aber wir müssen auch flieger spielen gehen ja dann spielst du flieger spiel ich keine dann spiel ich flieger dann spiel ich roaches immer schnelle flieger kann ich dir dann noch gas geben ich habe jetzt doppelgas eröffnet aber ich kann ja gas erst minuten 40 geben ich weiß nicht ob wir das so machen immer mit dem gas keine ahnung weil es ja doch recht spät ist bring die terraner dann noch keine reaper kommt zu dir den dann schieß doch mal gewollt ich habe leider nichts gegen den reaper durch das schnelle gas schnelle flieger ja ich habe gleich eine queen aber muss ich mal ein bisschen creep spätten bei dir noch nicht so viel ich bin nicht schneller so soll es geschehen gar nicht hier das finde ich geil und jetzt was kommen sie im roto ich habe noch gar nichts nach linge glaube ich noch nicht wir haben auch theoretisch ein was sieht ein bisschen vorsicht ein bisschen ihr habt nicht gelügen ihr habt nicht gelügen in der laden jetzt ihr habt nicht gelügen Ich brauche einfach mal 4 Roaches. Ich wüsse auf jeden Fall, dass ich komme. Da gibt es überall Overlords stehen. Ich bin ja lange. Und schon das ist so nervig für dich als zu sagen, wenn da deine Overlords und da und noch gehen. Keine Exe beim Terraner. Kommt auf Roaches. Da hätte ich auch auf Liga gehen können. Shit. Roaches? Ja, auch Roaches. Stark. Wir hören mal, der Screep-Spread ist nicht zu weit. Wenn ich noch Gebäude bauen kann, ist mir egal. Das ist schon knapp. Oh, das passt schon noch. Brauchst du Gars? Äh, gerade nicht. Okay, hast du gewonnen. Ich brauche noch was gegen Roaches. Immortals? Ja. Boat-Race. Boat-Race. Im Terraner müsste ich Boat spawnen. Stimmt. Man kann das nicht mehr so hoch sein. Oh, schulda. In Supply Block rein. Man merkt, dass ich es lange nicht bespielt habe. Äh, Nidos kommt. Ja, ich sehs. bei dir hinten ist ein kreuzer kreuzer sind echt hart ich habe schon diese dings nicht klatschauer lösen ist das Jetzt müssen wir uns gegen Kreuze absichern, ey. Kreuz? Ja, aber die können einfach dann irgendwo reingebottet kommen. Na, das ist so nervig. Das finde ich am schlimmsten in Kreuzland. Dass sie das machen könnten. Scann hier, scan da und dann wird es noch drin in der Base. Aber Terraner geht so schlecht. Natürlich geht es Terraner schlecht. Ich stehe nach Sonnen. Wo? Ah, sehr schön. Phasenbismakern onladen. Ihr habt nicht geliebten Mineralien. Hast du Gas? Ja. Ich habe nicht viel Gas gerade. Ich habe keine Mineralists. Das wird schön. Danke. Ich habe nicht geliebten Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pyronen bauen. Da wollten sie schon wieder an Neidus, oder? Irgendwas setzen. Wo? Nein, du hast es gerade weggemacht, den Oberloch. Sehr schön. Sorgt Energie bei 100%. Ihr habt nicht geliebten Mineralien, Krismakern on-screen. Ich habe nicht geliebten Mineralien. Oh, ich habe ja nicht geliebten. So soll es geschehen. In die Armenien. Ich wollte hier auch mal Tropen bauen, aber ich habe auch immer keine Minerals, ey. Ich muss auch mal die Thronen bauen. Oh, die Legspeed brauchen wir auch mal Top-Legspeed. Also diese Blitze hier am Karten rein, die sind echt schlimm. Ich denke mal, das ist irgendwas, ich weiß gar nicht. Kommen auf jeden Fall in jede Menge Kreuzungen. Wir entdecke ich gleich ganz hoch. Ansonsten haben sie nicht so viel. Dann hole ich mir die hier. Wir haben nicht genügend Mineralien. Weapon. Mineralien fällt erschöpft. Ich guck, selbst Heidrunstern, wenn so viele Kreuzer kommen. Ja, ja, gegen Kreuzer sind Corruptor am besten. Wir haben nicht genügend Mineralien. 2-2 habe ich schon durch. Upgrades habe ich. Ist gut. Wir haben nicht genügend Mineralien. Echsen mal einfach. Was soll man machen? Echsen. Echsen wäre am besten, ja. Und noch mehr Heidrunst dazu. Und Hoog-Tacken. Für 3-3. 2-3. Das hätte ich Frage gehabt. Einen gewissen, gewissen Kreuzer halt extrem hart. Als wenn es zu viele wären. Wollen wir mal vorgucken. Ich weiß es nicht. Komm, machen wir. Komm, machen wir. Komm, dein Age. Äh, ne Dings ist hinter Nydos irgendwo. Na dann los. Muss uns bewusst sein, dass der Nydos dann kommt. Ihr benötigt mehr Wissen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Nicht genügend. Ihr benötigt mehr Wissen. Wir sind am Watchtower. Eine Aufgabe. Gestern. Wir stellen uns. Nicht eingebunkert. Gucken wir mal. Ja. Wollte ich den nächsten nehmen. Forschung abgeschlossen. Ein Kreuzer. Mehr hat Kreuzer. Mehr hat Kreuzer. Die Tanks halt noch da hinten. Oh, sie sind gleich weg. Ja, da muss ich sowohl die Tanks holen. Nur die Tanks bitte. Naja. Danke. GG. GG. Das ist vorbei. Gucken wir mal schnell die Kreuzerbatterie. Bis jetzt die neue Kreuzer kommen. Da ist ein neuer Kreuzer. Komm zu dir. So Kreuzer können nicht mehr kommen. Kreuzer sind weg. Sehr schön. Das will ich spawnen. Ich komm zu dir hoch. Wo war jetzt die Zerg-Armee? War da eben da? Die hab ich oben gekillt. Die hab ich oben gekillt. Ich hab doch fast kaum noch einen Kieger. Der Kolosse ja. GG. GG. Wollt ihr jetzt Dings bauen noch? Äh, Lurke. Ja, Lurke wäre natürlich heftig gewesen jetzt. Ich hab immer noch diesen Bug. Wir haben bekommen 35 MMR. Sehr schön. Sind wir schon wieder auf 4000? Nein, 3966. Nein, 966. Na ja gut. Beim ersten Spiel vielleicht. Die hat ein 3864. Wie sieht der Balken aus? Zum Beispiel wieder richten Meister oder? Äh, wir sind jetzt wieder in Dia 1. Wenigstens was? Gerade angekommen. Sehr schön. Dann wird uns wieder hocharbeiten zum Meister. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Endcard. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Oder ohne Ende.